es ist so ein dach das bedeutet bedeutet wir machen da weiter wo wir letzten so dass wir die kutsche rocket wir sind jetzt zum fliegelevel richtig los mit so einem brecher ja ich habe elektroschock hier wieder auf den stadt nicht daran höre doch zu wie ich mit mir selber wäre ausgeschafft oh gottes will was nackt okay jetzt wird es dunkel wieso laufe ich denn da rein nicht noch ein fluglevel of course um na Ah, okay. Easy level. We did it, we did it, we did it. Ah no. Nope, nope, I can't. Der Final Boss wurde besiegt, aber er ist immer noch da oben und plant seine Rache. Das wurde amazing, da weiß ich nämlich noch am meisten von. Teil 2 abgeschlossen, noch besser können wir den Stream eigentlich nicht schließen.